Liebe Genossinnen und Genossen, hier im Generalsekretariat des BSA, aber auch über die verschiedenen Streaming-Kanäle, ich heiße euch und Sie sehr herzlich willkommen zu einem Abend, der den schönen Titel Freundschaft, Solidarität und Widerstand hat und sich mit vielen Themen beschäftigen soll, mit der sich die Sozialdemokratie beschäftigt. Unmittelbarer Anlass ist ein Buch, von dem ihr sicher schon gehört und wahrscheinlich auch gekauft und gelesen habt, wenn nicht, gibt es nachher hier die Möglichkeit, dieses zu tun und auch Widmungen zu bekommen, nehme ich einmal an. Ich freue mich sehr, dass Herr Bürgermeister Dr. Michael Häupl hier heute bei uns ist, aus Anlass auch der Präsentation dieses Buches mit dem noch schöneren Titel Freundschaft. Ich freue mich auch, dass der Mitautor dieses Buches Herbert Lackner hier ist, stelle die Damen und die Herren gleich vor näher, sofern das überhaupt nötig ist und ich freue mich auch, dass Tanja Wessle hier ist, die als Geschäftsführer der Volkshilfe Wien, aber vor allem auch dieses Buch hier, glaube ich, auch näher vorstellen oder auch über es sprechen will oder jedenfalls über den Inhalt sprechen will, aus Widerstand und Solidarität vor Geschichte und Gründung der Volkshilfe. Wir werden, wenn das so auch passt, 90 Minuten miteinander hier sein, ziemlich genau die Hälfte würde ich gerne im Gespräch hier auf dem Podium benutzen und dann auch das Publikum einladen, mit uns zu diskutieren. Das geht leider nur hier live. Die Möglichkeiten über die Streaming ist momentan nicht gegeben. Wir sind aber auch über Facebook, kann man sich das alles noch einmal anschauen und so weiter. Bitte auch das Publikum hier im Saal mit Ausnahme des Podiums Maske zu tragen, sicher ist sicher und das würde ich Sie eben ersuchen. Michael Häupl vorzustellen heißt, Eulen ins Rathaus zu tragen und ich weiß nicht einmal, welches Bild man verwenden soll. Er ist Präsident des Wiener Wissenschafts- und Technologiefonds, einer sehr, sehr wichtigen Einrichtung zur Unterstützung der Forschung und der Wissenschaft in der Stadt. Er ist Präsident der Volkshilfe, einer ebenso wichtigen Einrichtung und auch des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands, für das das Gleiche gilt. Er war von 1994 bis 2018 Bürgermeister von Wien, das wissen Sie alle, wisst ihr alle, aber damit auch der längst dienende demokratisch gewählte Bürgermeister, den diese Stadt jemals hatte. Er hat hier eben gemeinsam mit Herbert Lackner seine Biografie vorgelegt. Herbert Lackner ist Journalist, Autor, hat begonnen, glaube ich auch in der SPÖ, in der Parteizentrale, war dann von 1980 bis 1988, wenn ich das richtig gelesen habe, in der AZ und dann sehr lange, nämlich von 92 bis 2015 Chefredakteur beim Profil und hat als Autor sehr wichtige und viele gute Bücher vorgelegt, aber vor allem auch zur österreichischen Vergangenheit, also zur Aufarbeitung der Vergangenheit der NS-Geschichte, insbesondere was die Intellektuellen anbelangt, also die Flucht der Dichter und Denker, da gibt es eine Trilogie dazu, die äußerst lesenswert auch ist. Er ist ausgezeichneter Journalist, also im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Kurt-Vorhofer-Preis, war Journalist des Jahres und einige andere, Bruno Kreisky-Preis und einige andere Auszeichnungen. Tanja Wesely wiederum ist seit 2019 Geschäftsführer der Volkshilfe, hat sich davor vielfältig in der Sozial- und Jugendarbeit engagiert, in verschiedensten Funktionen, ist auch Lektorin am FH Campus in Wien und war von 2007 bis 2018 Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete in Wien. Also Sie sehen, wir haben ein bisschen eine kommunalpolitische gemeinsame Vergangenheit, zumindest wir drei hier. Ich begrüße euch sehr herzlich, bedanke mich für die Zeit, die ihr euch nehmt. Der BSA hier im Generalsekretariat, das ja gerade sozusagen auch umgebaut wird und das Haus wird umgebaut, die U-Bahn wird gebaut, also wir sind ein bisschen in der Mitte einer Baustelle. Der BSA ist eine Plattform, ich muss es euch nicht vorstellen, aber ich sage es immer wieder gerne, auch für die eigenen Mitglieder, eine Plattform für einen intellektuellen Diskurs, ein Diskussionsforum mit etwa 8000 Mitgliedern in ganz Österreich, acht Landesorganisationen, in Wien sind es die Fachgruppen und zahlreichen Bezirksorganisationen. Und wir sind vor allem auch als Netzwerk organisiert, wo wir auch versuchen, jungen Menschen zu helfen, über ein Mentoringprogramm, über die Außenpolitische Akademie, die im Übrigen hervorragend ist und gerade auch wieder zusammenkommt, was in Zeiten wie diesen besonders wichtig ist, sozialdemokratische Außenpolitik zu diskutieren, zu definieren und zu formulieren und der BSA versteht sich aber auch natürlich als Interessensvertretung für die verschiedenen, die hier vertreten werden, auch zum Beispiel Künstlerinnen und Künstler. So, jetzt habe ich alle vorgestellt. Ich bin heute nur eingesprungen für den eigentlichen Veranstalter, nämlich den BSA Töbling und den Matthias Wawra, der das organisiert hat und die Barbara Hauenschild, die eigentlich hier heute sitzen sollte, aber beide sind krankheitshalber ausgefallen. Ich freue mich umso mehr, dass ich das machen kann und würde mir vorstellen, dass ich versuche, da Hölzeln zu werfen und Fragen zu stellen an die hier Anwesenden und dann können wir das auch in die Publikumsrunde weitergeben. Ich versuche zu beginnen anekdotenhaft beim Kleinen und würde mich dann natürlich freuen, wenn man sozusagen in die größeren Ebenen der Politik, und da gibt es nun für wahr, sehr vieles zu besprechen. Jetzt würde ich gerne im Publikum fragen, ob jemand von Ihnen weiß, und diese Frage stelle ich auch als Rektor der Musik- und Kunstuniversität der Stadt Wien, wenn man weiß, was eine Ocarina ist. Ein italienisches Toninstrument. Ein italienisches Toninstrument, weil beim Lesen dieses Buches, und ich glaube, einiges von dir und über dich zu wissen, aber das war mir nun in der Tat vollständig neu, weil, dass Michael Häupl auch Instrumente zumindest angegriffen hat, angeblich steht drinnen und auch ein bisschen gespielt hat, und darunter die Ocarina, die ein italienisches Blasinstrument ist. Und das andere, was ich auch nicht wusste, vielleicht habe ich es ja wieder vergessen gehabt, dass der Hans Ursulitscher eine gewisse Rolle gespielt hat in seinem frühen Wiener Leben. Und dann ein schöner Ausdruck, der wahrscheinlich auch für dein weiteres Politikverständnis in einer gewissen Weise hilfreich war, nämlich die Synökologie. Magst du uns darüber, über all diese drei Dinge kurz was erzählen, was die miteinander zu tun haben? Also, ich will mich nicht übertreiben. Meine Musikkarriere, wenn ich das so sagen kann, hat sich eigentlich beschränkt und geendet ungefähr mit meinem elften Lebensjahr. Ich habe das meinem Großvater zu verdanken gehabt, der halt versucht hat, seinen beiden Enkelbuben, meinem Bruder und mir, verschiedene Musikinstrumente nachher zu bringen. Ein reichlich hoffnungsloses Unterfangen ist schon bei meinem Bruder und bei mir nicht sehr viel anders. Aber ich habe mir noch mitgenommen, immerhin, also was weiß ich, mit Klaviergespielen, Gangspielen, an dem Blasinstrument. Gut, bei der Ocarina, die ist ungefähr so zwölf Seinem Meter lang, dieses Toninstrument. Darüber mit einem Blasinstrument zu sprechen ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber es ist richtig. Ja, man muss ähnlich wie bei einer Flöte hineinblasen, dann kommen, wenn man das häufigst gut bedienen kann, auf ein vernünftiger Ton heraus. Also, das sind die Dinge, die ich da halt gelernt habe von meinem Großvater, neben vielen anderen Dingen. Der ein großartiger Lehrer, der ein großartiger Pädagoge war, weil er etwas gemacht hat, was nicht nach Lernen, wie wir es halt immer so erlebt haben, gemützbar, sondern das war eigentlich, wir haben miteinander gespielt. Es war alles spielerisch und da konnte ich natürlich sehr viel lernen. Ich meine, ich bin ja kein Wunderkind gewesen, aber ich habe halt, bevor ich in die Volksschule angefangen habe, gelesen, schreiben und rechnen können. Alles, weil wir es gespielt haben, nicht weil ich so ein toller Ursprung war, sondern wir haben halt die Zeit, die wir verbracht haben. Das war relativ viel, weil, wie gesagt, er war in Pension, meine Eltern waren berufswertig. Also, so gesehen war das, ich würde sagen, die Ursache meiner heftigen, aber sehr kurzen musikalischen Karriere. Das war dann, als ich dann natürlich ins Konnikt gekommen bin, weil mein Vater sich heute einbaut, war sehr katholisch, wenn man ja letztendlich aufpasst, jetzt zuletzt, dass er sein Buch weiß oder sonst was. Also, natürlich ein Schwarzer war so schwarz, dass er dann in einem Tunnel an den Schatten geholfen hat. Also, ja, schon, da hat er mit einem katholisches Konflikt gesteckt. Auch nicht so schlecht für einen werdenden Sozialdemokraten ein bisschen Jesuitisches zu lernen. Aber dort war natürlich die Förderung der Musikkünste, auch der bildenden Künste nicht so, und ich habe natürlich auch lieber Fußball gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen, wesentlich mehr interessiert und das ist auch dort relativ intensiv gefördert worden. Zur Synerökologie, das ist etwas sehr viel Späteres. Das ist, aber ich selber natürlich das erste Mal auf der Universität gehört, weil unser Biologieunterricht in der Mittelschule war nicht dergestalt. Unser Biologielehrer würde ich nicht als eine Lichtfigur der Naturwissenschaften bezeichnen. Aber auf der Uni ist das natürlich eine der ersten Dinge, mit denen du zu tun hast. Deswegen schreibe ich da drinnen auch das, was Professor Schremer, der Vater meines Freundes, also ein Entomologe, Universitätsprofessorin Heidelberg, der ein Sommerhaus in Christophen, meiner ursprünglichen niederösterreichischen Heimat hatte, der hat mir sehr viel beigebracht, was es ist, ohne den Begriff selber zu verwenden, der Synerökologie. Das ist etwas, was ich bis heute für wirklich sehr wichtig halte, jedenfalls einmal in der Biologie, weil es die einzelnen Komponenten der belebten und unbelebten Natur miteinander verknüpft. Also es lebt ein Tier nicht für sich allein, sondern es lebt entsprechend in einer Umgebung. Es lebt eine Pflanze nicht für sich allein, sondern sie lebt in einer entsprechenden Umgebung. Wenn man sich nur dann mit Teils beschäftigt, dann hast du es sogar noch Pflanzensoziologie oder Tiersoziologie. So etwas gibt es auch. Verwege einen Begriff meiner Auffassung, weil er aus einer eigentlich ganz anderen Wissenschaft, wenn ich aus der Sozialwissenschaft komme, oder aus der Naturwissenschaft selbst. Für das Verständnis ökologischer Zusammenhänge ist der Begriff der Synerökologie ein sehr, sehr wichtiger. So, jetzt habe ich das dritte für das. Hans Orsulic. Da brauche ich eigentlich zwei Dinge anzumerken dazu. Erstens, ich habe da einen Irrtum begangen. Der Hans Orsulic hat dieses Kaffeehaus, das da im Kaisermünn war, nicht besessen, sondern er hat im 15. Bezirk ein Kaffeehaus besessen. Mit zweiten Auflage haben wir das dann korrigiert. Aber er war in dem Kaffeehaus relativ oft, als ich damals den Eindruck habe, oder mitgenommen habe ich das gehört, so oft war er dort. Was für mich das Wertvolle war, wenn ein junger Mann nach Wien kommt, Zeit bis dahin habe ich ja in Niederösterreich verbracht, in Krems, dort habe ich Fußball gespielt und bin eben in die Schule gegangen. Und da die Militärzeit, damals ja alternativlos, gewesen ist, weil Bruno Kreisky war noch nicht Regierungschef und die Sozialdemokratie konnte noch nicht den Zivildienst einführen. Daher habe ich die Militärzeit auch in Niederösterreich verbracht. Für mich war dieses Kaffeehaus in Kaisermünn eine Wiener Schule. Ich habe dort Wien gelernt. Ich bin da ziemlich verschrägt in einem Eck in dem Kaffeehaus gesessen und habe mein Bier aus der Flasche getrunken und habe den Mund eingelegt gehalten, mit offenen Ohren und offenen Augen das Geschehen da rundherum verfolgt, das eine echte Hardcore-Schulung in Wienerisch war. Das hat man später dann, als ich aus dem Falschesdöl ausgeschieden bin und in die junge Generation der Hotterrain gewechselt hat, hat bei dieser Schulung in diesem Kaffeehaus in Kaisermünn wahnsinnig viel geholfen, weil meine EG-Freunde, die ja nur zu einem geringen Teil auch aus dem Falschesdöl gekommen sind, beziehungsweise Akademiker waren, der Großteil hat andere Berufe erlernt und ist woanders hergekommen. Also mir hat das den Zugang zu diesen Freunden erleichtert, schon sprachlich. Also wenn wir dann in einem Frühstutt-Kaffeehaus gesessen sind in der Hotterrain, mit dem Miteinander geredet, war ich schon wahnsinnig froh, dass ich es wenigstens verstanden habe, weil ich das gelernt habe in diesem kleinen Kaffeehaus in Kaisermünn. Aber dem entnehme ich, dass es bereits eine zweite Auflage gibt. Das ist korrekt. Es gibt in der Zwischenzeit eine zweite Auflage, weil erfreulicherweise die erste verkauft wurde. Das sind wie viele Stück? 7000, glaube ich. Das ist sehr viel. Na sicher ist das sehr viel. Also du bist in der Bestsellerliste. Nummer eins. Nummer eins, na bitte. Also herzlichen Glückwunnen. Herbert, eine der großen, vielen großen Leistungen und Ergebnisse der Jahre, Michael Häupl in Wien, war ja nicht zuletzt auch Erinnerungskultur. Also der erfolgreiche Versuch, all das, was über viele Jahre, Jahrzehnte auch in Wien totgeschwulst, schwiegen wurde, auszusprechen, viele Dinge aufzuarbeiten, Restitutionen und vieles andere mehr. Du hast, wie gesagt, schon eine Trilogie über die Erinnerungskultur, die Frage, also die Hauptgeschichte, dass die Intellektuellen und Künstler, die vertrieben worden sind, in Wahrheit nicht zurückgerufen worden, dann schäbig behandelt worden sind. Hast du den Eindruck, auch im Richte dessen, was in Wien passiert ist, aber was im Bund passiert ist, insbesondere dann nach Waldheim und in den 90er, in den Nullerjahren, dass vieles richtig gemacht wurde, aber heute noch auch noch immer viel zu tun ist. Oder bist du der Meinung, es ist da eigentlich auch schon wieder sozusagen blöd, man kann einmal einen Schnussstrich ziehen, in dem ja anders nicht, aber das haben ja auch viele immer wieder gefordert. Der dritte Teil dieser Trilogie, von der du besprochen hast, beschäftigt sich mit der Rückkehr der Geflüchteten. Also der erste Teil ist, die Geschichte ist so, ich habe mich immer gefragt, was hätte ich getan, wenn ich im Jahr 1920, 20 Jahre alt gewesen war, hätte ich dann gesehen, was da passiert, was da auf uns zukommt. Wie hätte ich anders reagiert, als die Leute damals in der Ersten Republik reagiert haben. Und ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich dieser Frage mich annähern, wenn ich jetzt eine Gruppe von Menschen herausnehme und ich habe Leute herausgenommen, die jeder kennt. Arthur Schnitzler, Stefan Zweig, Alma Maler, Werfel, Franz Werfel, Albert Einstein, Leute, die eigentlich sind und freut, Leute, die alle kennen. Und ich habe recherchiert, was haben die getan in der Ersten Republik, wie haben die reagiert, was haben die geschrieben, was haben sie die gegenseitigen Briefen geschrieben. Ich habe mir fünf Jahre vorgenommen und bin mit denen diese fünf Jahre durchgegangen, durch die Geschichte, immer so in fünf Schritten ungefähr, recherchiert und gleich geschrieben. Und das war eine unglaublich spannende Arbeit natürlich. Das Gleiche dann im zweiten Teil, die Flucht, wie die dramatisch geflüchtet sind. Und das hat denen durchaus geändert, wie heute die Leute flüchten, oder teilweise sogar noch dramatischer. Und die Leute sind alle nach Frankreich geflüchtet und dann hat sie dann schwer macht, 1940 in Frankreich einmarschiert und die sind denen auf den Fersen gewesen, haben sich nach Südfrankreich gerettet, dann mit knapper Not über den Ozean und da hat sie Glück gemacht oder auch nicht und sind dann zurückgekommen. Und hier nun, in dieser Zeit, wenn wir über diese Zeit reden, und jetzt komme ich auf deine Frage zurück, da wird im Endeffekt immer wieder der Satz, mit dem ich nie viel anfangen konnte, wir haben die Geschichte nicht aufgearbeitet. Und immer denkt, ach, bitteschön, es ist doch die vielen Zeitzeugen in den Schulen gewesen und die SPÖ hat da wirklich Veranstaltungen gemacht und der Kreis gegen das Vieradress gab und nachher der PSA hat ein Buch und hat wirklich Abfahrt damals die eigene Geschichte aufgearbeitet, muss man sagen. Wir wurden ganz ausgedrückt. Hat nicht alle gefreut damals, wie ich mich erinnere, inklusive dem Präsidenten. Und so habe ich diese Geschichte dann weiter recherchiert. Aber was heißt das, wir haben die Geschichte nicht aufgearbeitet. Und wenn du dir dann diese Zeit, die ersten 10, 15 Jahre nach 1945 anschaust, guck dir das Kotzen in Wirklichkeit. Da sind die Fehler passiert. Nicht jetzt. Jetzt bemühen sich eh alle. Aber was da für eine Stimmung im Land geherrscht hat, das war nicht ohne. Also das ist, ich habe im Buch diese vielen Beispiele beschrieben, gerade in der Kunst zum Beispiel. Also in Salzburg wird ab 1950 während der Salzburger Festspiele große künstlerische bildende Kunst passiert. Der Erste, der dort ausschneiden darf, ist im Rabellgarten Josef Thorak. Der die ganzen Nazi-Denkmäler vorher gemacht hat. Der wird von der Salzburger Presse hochgeschrieben. Während der aus der Emigration zurückgekommene Fritz Wotruba in einem Kammerl in der Landesregierung aufstellt. Und der große Kolonist, der Salzburger Nachrichtner, später der Corona-Zeitung, Viktor Reimann, schreibt jeden Tag den Dwarak auf und den Wotruba oben. So, der hat 400 Besucher gehabt und der andere 5000. Solche Beispiele. Oder das erste Mal fragt sich die österreichische Bundesregierung im Jahr 1952, sieben Jahre nach Kriegsende, wie viele Juden denn in Österreich eigentlich umbraucht worden sind. Es gibt ein Ministerratsprotokoll, das im Jänner 1952. Da fragt er, weil es wieder einmal den Restitutionsansuchen der Amerikaner, der Juden, die zurückkommen und unterstützt werden von den amerikanischen Besatzungsmeeren. Und aus diesem Anlass sagt der Bundeskanzler Fiegel, sagt, was mir eigentlich, wie viel von unseren Juden umbraucht worden sind, also den österreichischen Juden. Und der Vizekanzler Scherf, SPÖ, sagt, na, weiß ich eigentlich auch nicht, aber es können nicht so viele gewesen sein, weil unsere Juden waren doch alle schon weg, wie das begonnen hat mit den Nazis, wie die damit umbringen. Und jedenfalls sagt dann der Beauftragter Fiegel, den Innenminister Hegmann, bei der israelitischen Kunstsgemeinde nachzufragen, wie viele österreichische Juden denn umbraucht worden sind in 1952. Und der kommt dann nächste Woche zurück in die nächste Sitzung des Ministerrats und sagt, der ist laut israelitischer Kultusgemeinde 65.000. Und du merkst so aus dem Protokoll, ich war dabei, aber aus dem Protokoll dieser Ministerratssitzung, merkst du so, dass die Minister, die Minister oder der Minister gibt, sagt dann, ah, das schau her, ja, so, mehr oder weniger. Und dann irgendwie so in der Tagesordnung weitergegangen sind. Okay, die Tagesordnung war schon wichtig, die haben wirklich große Probleme, da haben wir wirklich viel zu tun. Aber dass man sich bis 192, nicht einmal überlegt hat, wie viele unsere Nachbarn da umgebracht worden sind, das hat mich eigentlich schon entsetzt, sondern schockiert. Und da gibt es viele, viele, viele Beispiele. Und das ist auch der Grund, warum ganz wenige aus der Emigration wirklich zurückkommen sind, wie zum Beispiel Karl Farkasch, Hermann Leopoldi eingeladen von, der Einzige, der sind die Kümmerer der Victor Madejka, der Stadt Madejka, ein Vorgänger von dir, der hat dich zurückgebracht. Und ich kenne beide, der Adam Leopoldi nicht, der in dem KZ-Zugang gesessen ist, der tatsächlich ist. Beide haben nie ein Wort verloren über ihr Schicksal und was sie erlebt haben. Hat sich keiner traut, was zu sagen, weil sie Angst gehabt haben, dass das Publikum dann gegen sie sich ändert. Kein Einziger. Da haben wir nichts getan. Alle haben uns nicht zurückgekommen. Und der Bolga ist in der Schweiz geblieben. Thomas Mann ist in der Schweiz geblieben. Viele sind in der Exilie gestorben. Und das war natürlich ein schwerer Adalassung, dass man sich nicht einmal, dass sie nicht einmal die Opfer darüber haben reden getraut. Das ist das, so konnten wir unsere Geschichte nicht aufarbeiten. Das war heute im Radio der jüdische Psychoanalytiker Mendelssohn, der mir einen bitteren Witz erzählt hat. Der Rothschild wird nach dem Krieg gefragt, wie haben sie die Nazis behandelt? Sagt er darauf, wie ein Millionär. Und das ist böse, weil es sozusagen natürlich auch ausdrückt, dass die neben vielem anderen wirklich einfach auf die Vermögenswerte gegangen sind. Dieser heutiger Abend ist, also ich hoffe, dass man am Ende sieht, dass das sozusagen auch ein Gesamtbild sein sollte. Natürlich geht es auch um die sozialen Unterschiede, sozialen Verwerfungen. Es scheint wohl so zu sein, dass die sozialen Unterschiede, jedenfalls in den letzten Jahren, also die unterschiedlichen Vermögen in Einkommen, wieder sehr viel größer werden. Es gab so eine gewisse Zeit und auch einige Publikationen, die behauptet haben, global sind wir tatsächlich in einer Zeit oder jedenfalls in einer Bewegung, die diese Unterschiede eher nivelliert als größer werden lässt. Jetzt daher meine Frage an Tanja Wesseli, die Geschäftsführerin der Volkshilfe, einer Organisation, die ja genau dort sozusagen auch ansetzt, wo Menschen entweder Hilfe suchen oder betreut werden, die sozusagen nicht auf der guten Seite des Lebens sind. Ist das dein Eindruck, dass es sehr, sehr viel prekärer wieder wird, dass die Unterschiede größer werden? Ist das ein temporärer Zustand oder hast du das Gefühl, dass das auch bis zu einem gewissen Grad, naja, Politikversagen ist wahrscheinlich nicht zu stark, aber dass Politik da zu wenig gegensteuert? Eine einfache Frage. Ich gebe gerne eine Antwort auf, darf ich nachher Andi aber auch noch was zu dem sagen, was der Michel und der Herbert schon gesagt haben. Finde ich nämlich sehr interessant. Zu deiner Frage, ich glaube, das sind zwei Bewegungen, ich versuche das ganz einfach zu erklären, nämlich eh auch mir, aber generell. Ich glaube, es sind zwei Bewegungen. Das eine ist, dass tatsächlich Armut global abgenommen hat, weil es unter anderem so ist, dass Abermillionen aus der bitteren Armut in China sozusagen geholt wurden, zum Beispiel. Ich glaube aber schon und das zeigen auch die Zahlen, dass sozusagen in der westlichen Hemisphäre sicherlich auch bei uns vor allem durch jahrzehntelange mittlerweile neokonservative und neoliberale Politik so wahnsinnige Vermögenswerte angehäuft werden, dass die ungesund und obszön sind. Und meiner Meinung nach, und das ist eben auch, wenn man sozusagen sich das Kapital im 21. Jahrhundert piket und so weiter anschaut, dass das wirklich schon wieder teilweise Formen von Fortalismus annimmt. Also ich finde, man kann tatsächlich von einem globalen Geldadel reden, der aber auch runtergebrochen auf die unterschiedlichen Länder existiert und der wirklich bis hin zu tatsächlichen demokratischen Verwerfungen führt, weil einfach Geld regiert. Und das ist falsch. Also es muss um den Menschen gehen und es muss um die Gesellschaft gehen. Und ich denke mir so, wie heißt es, Chef, Synökologie, nicht zuletzt der Mensch, ganz besonders, lebt nur im Austausch mit anderen Menschen und ist ein gesellschaftliches Wesen und darum geht es. Wie leben wir zusammen? Wie ist der Wohlstand möglichst breit verteilt? Das ist das Einzige, was uns dazu verhilft, zivilisierte Menschen zu sein. Zumindest sehe ich das so. Also alle wirklich sehr, sehr stark ausgeprägten kapitalistischen Modelle, aber zu denen zähle ich ehrlich gesagt schon auch die kapitalistische Diktatur China, die das in Wirklichkeit ist, bringt überhaupt nichts, bringt den Menschen überhaupt nicht weiter. Also ja, es stimmt, es ist wahr, insgesamt hat die Armut global abgenommen, aber weil so viele Menschen weltweit im bittersten Armut waren, für unsere Verhältnisse und bei uns ist das Auseinanderklappen von Arm und Reich definitiv schlimmer geworden und was noch dazu kommt, weil ich einmal schon diese vielen Jahrzehnte an Neokon und Neoliberal angesprochen habe, führt das auch in Ländern wie bei uns mit doch einem immer noch sehr guten Sozialstaat auch zu Verwerfungen der Systeme, weil diese Systeme diese neue Geldanräufung und Verteilungsfrage nicht mehr tragen. Ganz einfaches Beispiel, unser Arbeitsmarktsystem Arbeitslosenversicherung ist nicht ausgelegt auf die prekären Arbeitsverhältnisse zum Beispiel, ganz, ganz einfach zu sagen, da gehst du nach langer Versicherungsdauer und so weiter und so fort und wenn du diese lange Versicherungsdauer nicht mehr hast, weil es prekäre Arbeitsverhältnisse gibt, weil der Übergang im Arbeitsleben in Wirklichkeit die Norm geworden ist, da die weitere Verwerfung in Wirklichkeit fast wurscht, was deine Ausbildung ist, also auch sozusagen die Gleichung, sehr gute Ausbildung wird dir auf jeden Fall zu Wohlstand verhelfen, so auch nicht mehr stimmt. und das ist das, wovor wir stehen und was uns jetzt schon aber im Teil sicherlich auch eine, ich sage es halt einfach mal so, bin nicht hysterisch, aber durchaus katastrophale Altersarmut einbringen wird, vor allem auch bei Frauen und so weiter und so fort. Also das, das glaube ich, ist die Verteilung und ganz kurz nur zu dem vorigen Besprochenen einfach nur auch ein persönliches Footage dazu, weil ich bin ja aus einer linken, sozialistischen, sozialdemokratischen, kommunistischen Familie in weite Ahnen hin, aber auch teilweise jüdisch und einerseits hast du recht, die Leute haben sich nicht getraut, darüber zu reden, andererseits und das ist vielleicht ein bisschen aber auch eine Korrelation generell zu Fluchtbewegungen, die wir Flüchtlinge hier sehen sollten und was glaube ich auch das Phänomen in der Nachkriegszeit war, der Verdrängung, die nicht immer schlecht ist, die Leute mussten wieder Fuß fassen und weiterkommen und wenn du dich da dauernd nur mit den Problemen beschäftigst, dann schaffst du das einfach nicht und ganz ehrlich gesagt, wir sind auch nicht mit einem Leidensweg aufgewachsen, sondern mit einem Blick nach vorn und der Gewissheit, wir müssen es in die Hand nehmen, die Demokratie bauen und verändern, die Verdrängung war auch ein Schutzmechanismus teilweise von solchen Familien und Menschen, um nicht in den Abgrund zu fallen, sondern und auch nicht als Opfer gesehen zu werden. Also, Entschuldige, man hat wirklich lange nicht drüber reden dürfen, man hat selber nicht das gesagt und war beschämt dadurch, so wie auch jetzt, geflüchtete Menschen, verfolgte Menschen, vor allem auch natürlich, wie damals geheißen, rassisch verfolgt oder auch politisch verfolgt, es hassen, in einer Opferrolle zu sein und das lieber nicht sagen, bevor sie drüber reden. Sonst hast du mit allem recht gehen. Da sehe ich etwas differenzierter. Ich habe den Eindruck, beim Studieren des Materials gekommen, die, die zurückgekommen sind, haben sie natürliches Opfergefühl. Alle, denen ist alles weggenommen worden, ihre Angehörigen sind umgebracht worden, ihnen ist im Exil oft sehr schlecht gegangen, sie haben wirklich alles verloren, sie wäre ruhig. Die sind zurückgekommen und haben natürlich als Opfer gefühlt. Dann sind sie auf eine Gesellschaft gestoßen, die sie selber gesagt hat, sie ist doch sicher viel besser gegangen in Amerika oder in Schweden oder wo immer her kommt, sie haben gar nichts gehabt, Lebensmittelkarten und wir haben auch Leute verloren im Krieg. Die Täter, die haben verdrängt, aber das war die Durchschnittsbevölkerung und da plötzlich Opfergruppen sich Nase am Nase gestanden und haben sich dann nicht mehr verstanden. Das ist wahrscheinlich auch bei heutigen Flüchtlingen sehr oft so, wenn die zurückkommen, das werden sehr, sehr ähnliche Reflexe sein, dass die zurückgeblieben sind. Wir sind eigentlich die Opfer zu sehr kurz gehabt. Herr Körl, ich kehre zurück zum Buch, wobei das ist alles im Buch auch dringend, im Übrigen wirklich lesenswertes Buch, sehr gut lesbares Buch und sehr sehr interessantes. Ich kann es nur wirklich empfehlen. Herr Bürgermeister, eine der vielen interessanten Passagen in dem Buch, wo du versuchst zu beschreiben in der politischen Jugendarbeit sozusagen, wie sehr ihr versucht hat, Theorie auch theoretische Diskussionen zu führen, also theoretische Grundlagen der Politik, die sich immer wieder messen mussten an der Praxis. Ich habe das damals genannt, den gewerkschaftlichen Ansatz, den pragmatischen versus einige andere, die sehr in der Theorie waren. Wenn man das liest und das mit heutiger Politik vergleicht, kommt einem natürlich, merkt man, was für unendliche Unterschiede. Ich kenne kaum Politiker, die noch wirklich versuchen, sich in der Theorie oder in irgendeinem Überbau wiederzufinden. Der Herr Bundeskanzler entscheidet, er fährt nach Kiew und weil das gerade so passt oder weil das ein Spindock einredet. und solche Beispiele gibt es viele andere mehr. Also wenn du das Revue passieren lässt und wenn du das versuchst mit der heutigen Politik zu vergleichen, was macht das auch für Politik insgesamt oder würdest du sagen, naja, das war damals lustig und nett, dass wir es gemacht haben und ich bin mit dem Schach gestritten oder was auch immer, aber eigentlich in weiterer Folge habe ich hauptsächlich Praktisch Politik gemacht. Fehlt das? Also zunächst einmal zu dem, was du als Theoriearbeiter hast, war das ganz unbestreitbar so, neben dem, was wir an Praktisch Politischer Arbeit im Vorfeld der Universitäten gemacht haben, war das eine unbedingte Voraussetzung. Wir haben den Dreisky ernst genommen, in vielerlei Hinsicht ernst genommen, weil sie wie oft gestritten haben. Aber die Durchflut um alle Lebensbereiche mit Demokratie haben wir aufgesogen. Ich habe das auch gleich umgesetzt. Ich war in ein Studentenheim, noch zu der Hochschulerschaft gehört oder meiner katholischen Organisation. Aber dort durfte, wenn meine Mutter nach Wien gekommen ist, um in BAS zu gehen. Ich war Student im dritten, vierten Semester, habe ich die Zeit hinter mir gehabt, Matura, alles. Wenn sie in den Studentenheim kommen, durfte sie mich nicht vom Zimmer abholen, weil sie beim Portier warten und wissen, dass sie nicht in die Studentenheim hinein dürfen. So was ist heute unvorstellbar, war damals natürlich auch die Basis für eine leicht revolutionäre Geschichte. Wir haben natürlich in kurzer Zeit Wahlen durchgesetzt, eine Heimvertretung auf fünf Höpfige gewählt worden, der Heimleiter ist zum Hausmeister degradiert worden, der Degübenen austauschen wird, der Portier ist entlassen worden. Mädchen sind natürlich eingezogen, Kolleginnen sind heim eingezogen und dass das nicht so ausgebrochen wäre, das war völlig okay und normal, es waren ja durch die Bank erwachsene Leute. Also, das war tatsächlich so, mit Heimfallversammlungen, die dann auch Verschlüsse gefasst worden sind, was in dem Heim passiert soll. Es war wirklich fast so was wie ein bisschen eine rätere Publik, hier ganz winzig ein in einem Studentenheim mit 144 Kolleginnen und Kollegen, die dort gewohnt haben. Oder er hat natürlich auch andere Sachen gesagt, was man sehr ernst genommen hat, wer politisch arbeitet und ist ausschließlich dem Tagesschäft verpflichtet und arbeitet nicht auf der Basis einer Theorie, einer Ideologie. Ideologie wird eigentlich nicht verwendet. Der Begriff hat auch ein etwas distanziertes Verhältnis gehabt dazu. Aber auf der Basis einer Theorie und einer theoretischen Arbeit, der handwerkelt nur. Das haben mich auch sehr ernst genommen und daher haben wir sehr viel mit Theorie beschäftigt. Da war es die wesentlichste Botschaft von dem Ganzen ist, es hat unseren Geist geschult. Es ist gar nicht so sehr drum gegangen, ich meine keine Exegetiker des Marxismus, sondern es ist darum gegangen, dass man lernt, das Wie-Denken, zum Beispiel eine Diskussion darüber, wenn ich ein Schachtel schrafen von einem Eck einer Fabrik in eine andere trage, ist das produktive oder unproduktive Arbeit. Da sagt jeder, Schwachsinn, sich mit sowas zu beschäftigen. Ja und nein. Nein sage ich deswegen, weil es das Wie-Denken geschult hat. Es ist immer ein bisschen verglichen damit, wo es ein Lehrling, der hat ein Werkstück für sich und dann trägt er eine Werkzeuge, eine Säge oder eine Pfeile und versucht sich daran. Das wird auch nicht ein Werkstück sein, das jetzt sofort in irgendwelche Hightech-Geschichten eingebaut wird. Aber er lernt daran. Wir das Wie-Denken gelernt, das mir immer wichtiger war als das Was-Denken. Kirche hat immer vorgeschrieben Was-Denken. Stadienst hat immer vorgeschrieben Was-Denken. Das waren alle so Egesia eigentlich, aber das war nicht ein emanzipiertes sozial gerechtes Denken. Daher war mir immer sehr wichtig dieses Wie-Denken. Das ist der Grund, warum wir uns relativ viel beschäftigt haben. Es sind nebenbei Produktionen herausgekommen, auf die ich heute in keiner Weise stolz bin. Aber ich habe ein paar Sie zum Beispiel eine Seminararbeit geschrieben. Ich habe den alten Dr. Phil und in der Philosophie machen. Wir haben ein Philosophie Seminar miteinander geschrieben. Über Philosophie und Staatstheorie bei Max Adler. Auf das bin ich stolz auf diese Arbeit. Sie ist ein dogmatischer Scheiß erster Güter. So was würde ich mit Sicherheit ganz anders schreiben. Thema ist schon okay. Es ist interessant. Geisteswissenschaftlich historisches Thema. was wir damals gewesen waren, bist du treibend. Aber gegenüber der Abschlussarbeit der ehemaligen Arbeitsministerin. Na ja, schon. Wenn man über Lottung drüberspringen will, kann man sich am Boden legen, dann geht es leicht. Also ich habe jetzt eine innertliche Kritik an meiner eigenen Arbeit geübt. Nicht eine formale Kritik. Also formal ist gar nicht so schlecht. Das ist ordentlich zitiert worden. Das hat schon was. Inhaltlich gesehen war es ein Chancen verlaug gesagt. Also das Retrospektiv gesehen mit 50 Euro später dazu. Aber die Main Message bei der ganzen Geschichte ist die, wer sich nicht auch mit sozialdemokratischer Theorie beschäftigt, Theorie Arbeit selbst, sich nicht seinen eigenen Geist schärft, wie das Wie Denken, der wird in der Politik keine Wurzeln finden und sich hin auch keine gescheite Politik machen können. Das sieht man ja, kurz ist das klassischste Beispiel. Es gäbe andere auch noch. Einige Finanzminister sich in der Grauzone zwischen ÖVP und Freiheit bewegt hat, was einem eigentlich Urschwesen ist, weil Hauptzug hat seinen Friends gekriegt und der ehemalige Autoverkäufer. Wenn man vom Heiner schon als ideologische Flachwurzler bezeichnen wird, ist das eigentlich schon etwas, wo man ideologischen Flachwurzeln herumregen, ist das eigentlich keine Veranlassung bei der Sorte. Das ist das Richtige, wenn ich jetzt vergleiche damit. Er soll eine christlich-soziale Ideologie haben, oder soll die katholische soziale ernst nehmen. Das sind überhaupt die liebsten, die katholische soziale ernst nehmen. Das sind potenzielle Bündnispartner für die Entwicklung einer Gesellschaft. Alles. Selbst ein Teilstaatsanstaler oder Faschistist ist, ist man da immer noch lieber als Leute wie der Kurz die einzige Ideologie haben, die ist ich, ich und Macht. Das sind seine zwei zentralen Begriffe, sonst gibt es rundum nichts. Er ist nicht ein neoliberaler, weil selbst dafür ist er zu bleiben. Und das ist natürlich ein Thema, wenn der mit einer sehr ordentlichen Mehrheit bei Wahlen Bundeskanzler werden kann. Nein, da muss man ganz offen drüber nachdenken, auch als Sozialdemokraten, was haben auch wir da falsch gemacht und wie kann man das für die Zukunft verhindern. Es geht ja. Wir haben als Sozialdemokraten gerade in Wien vorgeführt, dass man seine ordentliche Wahlergebnisse auch erzielen kann. Warum ist das der Fall? Das diskutiere ich gerade mit meinen Grazer Freunden, sozialdemokratischen Freunden, so sehr. In Wien haben die Kommunisten rund ein Prozent und in Graz stellen sich die Bürgermeister hin. Warum ist das so? Wenn man sich selbst beschäftigt, wenn man egomanisch unterwegs der ist als Sozialdemokrat verloren. Das muss man ganz offen sagen. Ein Kernthema der sozialen Frage, das muss man sich wegnehmen. Absurd. Völlig absurd. Der sind aus meiner Sicht heraus gesehen die wichtigen Dinge, die mit Theorie beschäftigen. Da kann man eine vernünftige Strategie entwickeln. Ein Wort noch. Die Gemeinschaftliche Orientierung als Strategie ansatz erwähnt wurde. Das klingt jetzt so prioritarisch. Das ist vollkommen Unsinn. Die gewerkschaftliche Orientierung war der Strategieansatz aus der Theorie des Staatsmonopolistischen Kapitalismus. Diese Theorie haben wir am Anfang aufgesogen, vor allem vor dem Hintergrund der Diskussion mit unseren Userfreunden. Aber wir haben sie eigentlich ziemlich kollektiv rasch verworfen. Die Staatsheorie ist so schwachsinnig. Und so aus der Zeit, schon in den 70er-Jahren aus der Zeit gefallen hat, dass man die relativ bald ersetzt hat. Da haben wir es zugewandt, Staatstheorien wie Joachim hier schon oder ähnliche Staatstheoretikern. Und dann haben wir relativ rasch verstanden, dass auch die ökonomische Theorie, die dem Stamokat zugrunde liegt, natürlich ein Unfug ist. Daher ist das relativ bald verworfen. Nur der Begriff der gewerkschaftlichen Orientierung belassen, weil er uns wirklich gut folgt, genau das haben wir letztendlich gemacht. Hat geheißen, dass man natürlich nicht so wie andere linke Gruppen aus dem kommunistischen Bereich, insbesondere GRM, dass wir nur Theorie machen und keine Serviceleistungen für die Studenten, also keine Beratungsfunktionen zum Beispiel machen, können nicht helfen bei Stipendienfragen zum Beispiel, alles was sich selber materiell betrifft, also nicht eingesetzt haben für eine Hochschale-Reform in inhaltlicher Hinsicht. Das haben wir alles gemacht, das war das, was wir verstanden haben unter der Gewerkschaftlichen Anwendung, das war gescheit, die Überbau-Theorie war schmoren. Und kommt ja auch da in dem Buch immer wieder Vorräter Praxis, da wo du dich beschreibst, deine Differenz mit Alfred Gusenbauer, der geglaubt hat, die Gewerkschaftsbewegung gewissermaßen politisch außen vor lassen zu können und damit natürlich nicht wahnsinnig erfolgreich war. Das stimmt, das war ein wesentlicher Punkt, der dann zu Problem mit wesentlichen Teilen der Partei mit der Gewerkschaftsbeführt haben, der damals versucht hat, die Spitzengewerkschaft aus dem sozialdemokratischen Teil des Nationalrats zu bringen. Ein Unfug erster Güte. Dabei haben wir noch Gret vorher lange, lange Gespräche geführt, die nicht allein mit erben, sondern andere Freunde aus der Gewerkschaft dabei. So hat er sich nicht aushalten lassen. Genauso wie den Unfug mit den Studiengebühren mit dem Hotel aus Israel. unter völlig anderen Umständen und bedingungen entwickelt wurde. wir gerade gesagt haben, gerade in Wien in der Kommunalpolitik, Bildungseinrichtungen dürfen keine sozialen Schranken haben. Also keine sozialen Barrieren im Zugang zur Bildung. Kindergarten ist keine Kindergarderobe, sondern die erste Bildungseinrichtung für Kinder. Später ist dann Elementarpädagogik in den Inhalt Linde dazugekommen. Daher schaffen wir auch die Kindergart Beiträge ab, also den kostenfreien Kindergarten einzuführen. Das war die Begründung dafür. Mitten in das ist er mit seinen Studiengebühren Einführung mit den Pressen. Er hat sich bemüht, sich selbst als Obmann von der Partei zu entfremden. Nicht der Einzige. Ich möchte diese Diskussion auch nicht um das Ansprechen der großen Krisen halten, also Pandemie und Ukraine. Und da einer der bedeutendsten und wichtigsten Journalisten des Landes da ist, möchte ich dich gerne fragen, wie du die Rolle der Medien jetzt siehst. Also gerade auch was die Ukraine anbelangt. Die Rolle, die Medien, jetzt rede ich gar nicht vom ursprünglichen Habermaschen Anspruch sozusagen als ein Mittel der Aufklärung, aber auch die Rolle der Medien als Gatekeeper, nämlich sozusagen die Meinungen zu ordnen, zu filtern, das, was in dieser großen Welt des sozialen Medien natürlich milliardenfach herumschwirrt, auch ein bisschen zu filtern. Ich sage ganz offen, ich habe ein bisschen den Eindruck, dass auch insbesondere liberale oder linksliberale Medien in der letzten Zeit sehr stark sozusagen Meinung produzieren und diese Meinung heißt, ja, sozusagen, wir müssen beitragen dazu, dass die Ukraine gewinnt. Ist das, ich meine, ist das sozusagen eine, sehe ich das nur ich so, siehst du die Rolle, die beispielsweise das Profil, aber auch der Falter oder andere, eher linksliberalen, liberalen Medien spielen, sind die da sozusagen genug reflektiert, lasst es mich so sagen oder sagst du, das ist auch ihre Rolle und die üben sich gut aus? Ich glaube, es gibt bestimmte Situationen, wo du, wenn du jetzt eine andere Meinung vertrittst, es dir sehr schlecht geht. Wenn jetzt jemand auftritt, ein Politiker oder ein Journalist und sagt, wir müssen das alles ein bisschen differenzieren, differenziert sehen, wir dürfen da jetzt nicht nur Affenleber und wer da jetzt, der ist ein warmer Teufel. Es gibt bestimmte Situationen, wo du lieber mit sagst, oder in dieser Meinung bist. Ich glaube, ich mache jetzt eine Aussendung, dass er Schalenberg ja recht hat, weil er auf den Schalenberg ist alle hergefallen, der gesagt hat, so schnell kann die Ukraine nicht der EU beitreten. Ich mache jetzt eine Aussendung, dass der Schalenberg gerecht hat. Ich habe gesagt, Vorsicht, es gibt Fotos, die du sitzt da mit Putin und das hast du am nächsten Tag sofort in allen Zeitungen. Es gibt Situationen, auch wenn du überzeugt bist, der Meinung bist, dass das dagegenhalten jetzt richtig wäre, wo es wahnsinnig schwierig ist. Sag einmal während einer MeToo-Debatte, dass es dir komisch kommt, dass ich das nach 25 Jahren erinnere, dass jemand am Hintergriffen hat. Könnte man auch so. Und dann 47 Millionen Dollar Schadenersatz. Es gibt bestimmte Sachen. Jetzt sage ich mal, was ich glaube, über den Ganzen rüberkriegt. Die Rolle der klassischen Medien, die Bedeutung der klassischen Medien nimmt dramatisch ab. Die Kronenzeitung, die Laserzahl, der Anteil der Kronenzeitung Leser hat sich innerhalb der letzten 15 Jahre halbiert und skalopiert weiterhin von anderen Zeitungen übrigens Detto. Langsam haben wir viel zu verlieren, aber trotzdem. Es hat sich die gesamte Kommunikation ins Internet verlagert. Ich lese Zeitungen auch nicht mehr in Papier, obwohl ich ein ganzes Leben Papierzeitungen angeschrieben habe. Aber entschuldige, warum bleibt das Profil jetzt die dritte oder vierte Woche drauf, sozusagen Sieg muss denken, wir müssen siegen. Das ist eigentlich die Aussage des Profils. Ohne Not, ohne Differenzierung, ohne irgendeine Form von Ja, also ihr werdet in einen Leser geschrieben, wo ich mir gedacht habe, du kannst dir nicht schreiben einen Artikel über den Ukraine-Krieg und dass wir siegen müssen, ohne auch eine Ansatzweise, dass man Nuklearwaffen überhaupt hineinzunehmen. Also da ist jetzt schon sehr, oder der Falter macht auf mit einem Cover, mit einem jungen Pärchen aus der Ukraine, das heiratet, mit zwei geschulterten Kalaschnikows. Also das habe ich zum letzten Mal im Lanzer Heftl von meinem Großvater am Tag gesehen. Solche Bilder. Also da ist schon sehr stark, jetzt bei allem, muss ich das ist ein putinscher Angriffskrieg, und wir verurteilen und so weiter, das ist ja das Centrum Sensio, aber gleichzeitig fallen, ist mein Eindruck, ganz viele Dämme, werden gebrochen, was eine differenziertere Berichterstattung hat. Schlafwandler. Schlafwandler, genau. ich weiß nicht genau, ob man das Bild jetzt so wirklich vergleichen kann, aber ich habe jetzt ein bisschen in Erinnerung so, Widerstandsbewegung, Resistanz in Frankreich, Widerstandsbewegung dann auch in anderen europäischen Ländern, der Rito gegen die Nazi. Ich fürchte sehr, dass man da mit einer differenzierten Argumentation bei den italienischen Widerstandskämpfern oder bei der Resistanz oder selbst bei unseren Bevor sie verhaftet wurden sind mit einer differenzierten Argumentation wahrscheinlich schwer durchgekommen wäre. Das Bild, das du jetzt gezeichnet hast mit den Berchen, mit den Kalaschern ist natürlich nicht zu akzeptieren. Das ist mit Sicherheit keine Frage aus meiner Sicht herausgesehen. Aber auf der anderen Seite die Diskussion, die losgebrochen ist, damit liefert man der ukrainischen Armee schwere Waffen, dass sie gegen diesen Angriffsgriff verteidigen können oder nicht. Da habe ich eine ziemlich eindeutige Position, ohne deswegen ein Kriegsverherrlicher oder sonst was zu sein. Denn es hätte keine Widerstandsbewegung in der historischen Vergangenheit ohne Unterstützung von außen jemals den Aggressor auch nur hindern können. Und was die tanzösische Resistanz geliefert hat, zum Beispiel im Vorfeld der Anlandung der alliierten Truppen in der Normandie, das war eine unglaubliche Leistung. Die hätten sie niemals schaffen können, wenn nicht englische und amerikanische Waffen nach Frankreich gebracht werden. Das ist etwas, wo ich sage, ich bin der Letzte, der Krieg verherrlicht. Aber auf der anderen Seite, einfach jetzt zu sagen, Ukraine kapituliere auf und daher der Krieg auf, ist vielleicht auch ein bisschen zynisch. Aber das war ja nicht die Aufforderung, zum Beispiel in dem Brief, wenn man das anspricht, die Schwarze, genau. Da war ja einfach, das finde ich nicht so schlecht, den Scholz zu unterstützen dabei, kein Kriegstreiber zu sein und nicht reinzufallen drauf und seine Bedachte auch zu bewahren und noch einmal darüber nachzudenken. Das finde ich nicht. Es ist selbst, wenn man so Sätze sagt, Demokratie muss wehrhaft sein, ist man ja deswegen noch kaputt in Versteher. Ich bin der Letzte, der jetzt den EMA-Brief, wie er jetzt so heißt, das verdammt und über den Wehr fällt oder sonst was. Im Gegenteil, ich halte es für wirklich ehrenhaft Pazifist zu sein. Aber ich halte es auf der anderen Seite für genauso ehrenhaft zu sagen, da fallen Leute mit Waffengewalt über mich her, mein Volk her, bringen da was gut für Leute auf bestialische Art und Weise um, ohne dass ich jetzt auf irgendwelche Geheimdienstinformationen, sei es amerikanischer, englischer, ukrainischer oder russischer Seite hineinfallen will. Aber dass es dort natürlich zu furchtbaren Situationen gekommen ist, steht ja außer jedem Zweifel. Und da dann herzugehen und zu sagen, wir dürfen keine schweren Waffen liefern und keine militärische Außenunterstützung, ohne mit Waffen, nicht, endet mit direkter Konfrontation, das halte ich, also das, persönlich halte ich das nicht für so richtig. Aber vielleicht kann die Tanja auch was dazu sagen, gestern war die Georgische Botschafterin mit ihr gesprochen. Und die sagt, was eh, glaube ich, jeder weiß, mehr als ein Viertel ihres Landes ist von Russland besetzt, seit Jahren. Ein prozentuell wesentlich höherer Anteil der Bevölkerung ist vertrieben auf der Flucht, muss irgendwo untergebracht werden. So, wohin besteht, was ist die Begründung der Ungleichbehandlung dieser verschiedenen Fälle, also auch bei den Flüchtlingen. Also wir alle waren engagiert bei der Flüchtlingsbewegung 2015, große Solidarität und dann auf einmal hat sich das alles mehr oder minder nicht pulverisiert, aber ist alles schwächer geworden. Jetzt gibt es wieder eine große Solidarität und wird ja sogar auch semantisch unterschieden, das sind die Vertriebenen und das andere sind die Migranten. Es kratzt niemanden, wenn Leute wieder im Mittelmeer ersaufen, aber da ist große Solidarität. Das ist wunderbar, aber die Unterscheidung habe ich noch nie ganz verstanden, weil ehrlich gesagt kann man auch nicht mit geografischer Ferne der Nähe, weil von Rom ist Kiew oder ist Aleppo genauso weit entfernt wie Kiew, auch nicht mit den Unterschieden in Religion, weil Georgien ist eine der ältesten christlichen Kulturen, die es überhaupt gibt. Also da muss ja irgendwas anderes noch dahinter sein, auch was Flüchtlinge anbelangt. Siehst du da, du kannst das einerseits bestätigen, was eure Erfahrung anbelangt, aber auch was sind deine Gedanken dazu? Kann ich gerne mit euch teilen, also das eine ist, das wird aber wahrscheinlich sogar der Herr wird dann wahrscheinlich auch noch was dazu sagen können, ich glaube schon, dass das Profil, das am Anfang, also ich meine nicht das Profil als Zeitung, sondern das Profil des Präsidenten Selensky, der aus einer Reality-Show und einer Sitcom, es wird jemand Präsident, weil er die korrupten unfähigen Politiker sozusagen ausgehauen will, das dann manifestiert hat in der Realität tatsächlich nämlich in seinem Land und tatsächlich die, wie man immer so schön sagt, die Hegemonie jetzt in dem Land hat und auch in Europa erreicht hat, wie das interpretiert wird, also ja, Angriff, also ich stimme darüber ein und ich bin an sich auch keine Pazifistin, muss ich ehrlich sagen, aber das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Ich glaube, Georgien war es einfach niemand, das ist nicht so publik geworden, nicht darüber geschrieben worden, es wurde auch nicht so dargestellt, also die mediale Darstellung vom Präsidenten abwärts, die Semantik und alles, die ist wirklich durchgedaktet, bemerkenswert und auch, verzeiht es mir, ich sage, ich nenne es nicht abwerten, aber es ist auch eine weltweite Show, der man folgen kann, die ist wirklich, wirklich gut aufbereitet, also ich weiß nicht, wer das verfolgt, gestern war zum Beispiel im ORF ein langer Beitrag über die junge geflüchtete Frau, die jetzt in Italien ist, 20 Jahre, ein Buch gerade herausgegeben hat und live ihr Leben auf Instagram aus dem Leben im Bunker und im Keller mit ihren Eltern tagtäglich berichtet hat und so, also das ist alles auch gut und ehrenhaft, aber es ist, glaube ich, schon auch ganz was Neues, es ist auch wieder viel persönlicher, es ist nicht Irakkrieg, Drohnen, totale Optik wie ein Spiel, wie ein Computerspiel, sondern es wird viel mit realen Menschen gearbeitet, der Präsident wendet sich jeden Tag an sein eigenes Land und seine eigenen Bürgerinnen und Bürger, aber alle können uns mitverfolgen, diese Inszenierung, und das meine ich jetzt auch nicht abwertend, dieses Wort, ist, glaube ich, schon auch ganz besonders und trägt auch zu dem bei, wie wir das auch alle durchaus auch positiv rezipieren und ansonsten kann ich schon noch sagen, wir haben uns sehr deutlich ausgesprochen, auch natürlich mit unserem Präsidenten, dem Michael Heupel, gegen die Zweiklassengesellschaft unter den Flüchtlingen, das ist absolut nicht duldbar, das wird zu sehr großen Verwerfungen führen und ist auch unentschuldbar, weil Flüchtlinge sind Flüchtlinge, wie man so schön sagen, illegale Migration ist illegale Migration und und dass ein Flüchtling aus Aleppo oder aus Kabul weniger wert ist, als ein Flüchtling aus Kiew ist tatsächlich nicht einzusehen. Auch eine Sache, die man sehr schwer diskutieren kann, weil natürlich jetzt das überbordend ist und man kann auch dazu sagen, ich stelle jetzt einfach mal diese These auf, sie ist natürlich auch rassistisch und es ist auch kulturell gedinkt, weil natürlich ist es gekippt auch wegen islamophober Hetze gegen Menschen, die aus sozusagen Syrien etc. gekommen sind, auch niemand interessiert, dass da vielleicht ein paar Christen nachkommen, weil sie sind trotzdem dunkeläutig und haben schwarze Hohre und sind eben auch nicht christlich vor allem, dass die ganzen Männer waren und junge Männer waren, da war die ganze These, die noch kurz hatte, diese dauernde Rederei vom Pull-Effekt, alles ist immer im Pull-Effekt, jeder der kommt ist im Pull-Effekt, alle jungen Menschen, die gekommen sind, waren nur Ankerkinder für alle, die uns nachher überrennen werden, das Bedienen der Ganzrechten mit sozusagen dem großen Bevölkerungsumtausch, aufgrund dessen gab wieder ein Rechtsextremer, ein Nazi in den USA Schwarze umgebracht hat und extra dafür drei Stunden hingefahren ist, damit er die erschießen kann in einen Supermarkt. Ja, und auch das Bedienen sozusagen schon auch des heroischen Krieges, Frauen und Kinder auf der Flucht und die Männer sind mobil und kämpfen um ihr Land. es werden sehr archaische Bilder sozusagen bedient, nicht einfach. werden weiter auftreten dafür, Flüchtlinge gleich zu behandeln, auch was jetzt Arbeitsmarktzugang betrifft etc. Alle brauchen es, ein bisschen haben wir die These, wenn wir da jetzt dahinter sind, dass die ukrainischen Flüchtlinge das natürlich bekommen sollen, ist vielleicht der Weg geebnet, das auch für die anderen zu bekommen, zum Beispiel Arbeitsmarkteintritt und so weiter, aber das ist wirklich harter Tobak. Andererseits gibt es natürlich auch jetzt schon die ganz niederen Instinkte und Hetzer, die von den ganzen SUVs der Ukraine reden, die sich trotzdem anstellen für Lebensmittelpakete und trotzdem für, also, ja, meine 50 Cent. Philipp Akor, also ohne Widerspruch, es hat eine politische Anmerkung sozusagen, die Unterscheidung zwischen Vertriebenen und Flüchtlingen ist eine Erfindung des vorherigen und des jetzigen ÖVP-Innenministers und damit vor der eigenen, vor den eigenen Wählerschichten, vor den eigenen Parteifreunden rechtfertigen zu können, dass man die Guten haben, die in die Ukraine kommen, wo die Männer, das verschweigen, dass eine ganze Menge Frauen auch als Soldatinnen dort im Krieg stehen, während das andere sind alle Böse, die da aus den arabischen Ländern, zum Beispiel aus Afrika, zu uns kommen, die uns eigentlich nur ganz Schlimmes, insbesondere auch unseren Frauen ganz Schlimmes holen. das ist ein Narrativ, das wir nicht zulassen dürfen und nicht zulassen können. Und diese Diskussion ist öffentlich auch zu gewinnen. Denn es gibt natürlich nur legale und illegale Flüchtlinge. Illegale Flüchtlinge finde ich auch nicht in Ordnung, denn ich möchte wissen, wer zu uns kommt, dass man dann weiß, wenn man hilft. Legale Flüchtlinge, die zu uns kommen, haben natürlich das Anrecht auch darauf, dass man sich mit ihrer Lebenssituation auseinandersetzt und wenn sie hierher kommen, weil sie zu Hause an Leib und Leben bedroht werden oder ihre Kinder oder wer immer, dann ist ihnen zu helfen. Und zwar vollkommen egal, wo sie geboren sind und egal, wo sie hergekommen sind. Daher gibt es nur Flüchtlinge, legal oder illegal, aber es gibt nicht gute Flüchtlinge aus der Ukraine, böse Flüchtlinge aus Afrika oder den Nahrosen. Und das ist ein Punkt, mit dem wir jetzt diskutieren müssen. Und ich bin da gerade dabei, das mit anderen NGOs zu diskutieren, bei unseren Freunden, wie den Kinderfreunden oder Samariterbund oder Pensionisten, wenn man so ist, unschwer. Schwieriger wird es schon bei anderen Hilfsorganisationen vom Hilfswerk wird der ÖVB über ihn reden, weil die haben keinen Order, die sind noch gewohnt an die Message-Kontroll von früher, die gibt es jetzt nicht mehr mehr, weil man weder eine Message hat, noch Kontroll, aber zum Beispiel die Diskussion, bei einer tiefen Freundschaft und Verbundenheit und Kooperation mit der Caritas, sie sind zwar unserer Meinung, aber sagen tun sie es nicht. Und das ist ein Punkt, da müssen wir noch arbeiten. Da müssen wir sehr stark, alle die dieser Auffassung sind, sehr stark auch in der Öffentlichkeit auftreten, eine starke Stimme, zum Beispiel für diese These, die haben wir leider verloren, vor allzu langer Zeit. Aber das hilft nichts, müssen wir umso lauter reden. So, ich sehe, dass wir unsere Stunde schon längstens ausgeschöpft haben. Ich lade euch ein, vorzubereiten, Fragen, ich würde dann drei Fragen noch entgegen nehmen, aber um die ganze Themenpalette noch einmal aufzumachen, politisch auch, würde ich den Herbert gerne sagen, Fragen zum Stichwort Neutralität jetzt. Das ist ja auch so eine Debatte, die im Zusammenhang mit Ukraine, ich muss das nicht weiter ausführen, jetzt wieder, ich sage es mal so, aufgebrochen wird. auch wenn man gestern die ZIPS anschaut, aber auch sonst, insbesondere Presse und auch wiederum andere Printmedien, sozusagen die Geschichte, dass das offensichtlich in der Bevölkerung so gar nicht überhaupt als Thema gewollt wird, die Leute wollen die Neutralität, was immer sie darunter verstehen, Punkt. Aber offensichtlich Journalisten und gibt also auch politische Kreise, sagen wir es einmal so, das zum Thema machen wollen. Was ist da deine Vorhersage, wie das ausgeht? Glaubst du, das wird verfangen, angesichts Schwedens und Finnlands und das wird tatsächlich zum Thema oder wird das so wie so oft, das ist ja nicht die erste Neutralitätsdiskussion, wieder verpuffen? Ich glaube, die Diskussion haben wir noch gar nicht begonnen. Jetzt ist Fingland und Schweden dran und dann wird die Diskussion bei uns natürlich losgehen und so wie du richtig sagst, wird das nicht im Volk entstehen, sondern es wird natürlich von Medien wahrscheinlich oder von Experten oder Interviewpartnern im Fernsehen zum Thema gemacht werden und dann wird das im Elitenbereich glaube ich als Diskussion schon laufen. Ich glaube nicht, dass sich da die Massen dafür begeistern werden. Die Umfragen sind eindeutig quer durch ohne Parteien im Prinzip. Lustig ist ja, wenn man sich die Geschichte der Entstehung der Neutralität anschaut, beginnt bei den Staatsvertragsverhandlungen im April 1955. Die ÖVP war die große Befürworterin der Neutralität. sehr zurückgehalten, das wird mit den Estalliierten sehr schwierig werden. Aber der Bundeskanzler hat sich durchgesetzt, der Miedersstaat der SPD war nicht so groß. Aber das war ein Pferd, der hat das wirklich durchgedrückt. Ja, Und ich glaube nicht, sich die Massen dafür begeistern werden. Vor allem weil die sagen, wir sollten der NATO beitreten, wo wir das viel Geld haben, dass es notwendig ist, unser Bundesheer nachzurüsten. Das wäre dann nicht ein paar Flugzeuge und noch ein Panzer. Das wären ordentliche Beträge, die notwendig werden. Dafür mehr zu kriegen im Parlament wird nicht einfach sein. Und noch dazu braucht man es für Kinderabot und Abschaffnis Geld. Also nur, dass ich Bitte Freundinnen und Freundinnen hier, ich will vorschlagen, wer immer, mit Mikrofon auch gut, bitte, vielleicht können Sie einen Namen und anonymisieren, Namen und vielleicht dazu sagen. Ja, Paul Schwarzenbacher, österreichische Gesellschaft für Rechtslinguistik. Ich habe zwei Fragen. Die erste betrifft die Presseinformation, da steht ein Halbsatz, dass beschrieben wird, woran die roten Kanzler, Gusenbauer, Feinmann und Kern gescheitert sind. Liegt dieses Scheitern nicht auch an der österreichischen Realverfassung, wonach die jeweiligen Bundeskanzler das abnicken, was in Wien oder Niederösterreich, das heißt in den letzten fünf Jahren in Niederösterreich beschlossen wird und daher nicht das Sagen haben. Und zum Thema Demokratie schützen, weil das ja auch die Überschrift der heutigen Veranstaltung ist, da gab es in der Furche vom 21. April einen interessanten Artikel vom Politikwissenschaftler Markus Pausch mit der Überschrift können Erwachsenen auf Demokratie lernen. Was halten Sie davon, wenn Mann, so wie er vorschlägt, einführt, dass auch Abgeordnete, also neue und Altgediente und Polizistinnen etwa Demokratie- und Menschenrechtsworkshops durchlaufen müssen? Zum Ersten, ich glaube, dass das eine Narrative ist, dass die sozialdemokratischen Kanzler oder auch die ÖVP-Kanzler an zwei Bundesländer und ihren Vorsitzenden gescheitert sind, ist eine der realitätsfernsten Erzählungen, die kolportiert werden. Und wem sie nutzen sollen, weiß ich nicht, bestenfalls den Freiheitlichen. Ja, es stimmt, dass er jedenfalls zurzeit die niederösterreichische ÖVP den ÖVP-Teil der Bundesregierung übernommen hat, im Wesentlichen. Kanzler, Innenminister, also wesentliche Funktionäre kommen aus Niederösterreich, das hat sich in der ÖVP, das macht wach, um das ja nie in Wien gewesen ist, aber früher so oft Bundesländer aufgeteilt, weil Steiermark und Oberösterreich hat sich im Wesentlichen nach Niederösterreich verschoben. Nicht nur, aber im Wesentlichen die Rolle, die man der Wiener SPÖ zugebilligt hat, war eine aus meiner Sicht herausgesehen grundsätzlich falsche, denn richtig ist, das habe ich so gehandhabt, sondern auch Vorgänger und vor allem auch Nachfolger, dass wir in der Wiener SPÖ immer einen sehr einheitlichen Gedanken der österreichischen Sozialdemokratie gehabt haben. Da ist es nicht darum gegangen, wer sich jetzt auch von den Bundesländern her durchsetzt oder welche Interessen jetzt die Wiener SPÖ im Besonderen hat, sondern welche inhaltlichen Positionen vertreten worden sind. Natürlich habe auch ich meine Diskussionen zum Beispiel mit dem Bundeskanzler Frau Nitzke gehabt, aber das waren inhaltliche Diskussionen. Da ist es zum Beispiel darum gegangen, die Frage, wie man der Lohnnebenkosten senken kann. Das war eine Forderung der ÖPP und ich habe darüber nachgeschlappt, was man da machen kann. Und ich habe dort vorgestanden, dass man die Lohnnebenkosten zumindest gleich halten kann, indem man etwa die Beiträge zur Familienbeihilfe senkt, weil das ist ohnehin eine Sporkistung im Wesentlichen für den Finanzminister und dafür den Arbeitnehmern, Arbeitgeberbeitrag bei der Sozialversicherung entsprechend erhöht, um hier abzusichern die Finanzierung des Gesundheitssystems. So, das wollte der Herr Bundeskanzler und der Bundesparteivorsitzende nicht mit dem Argument, das ja genauso legitim ist, das würde in Wirklichkeit die Lohnnebenkosten ja nicht senken, sondern erhöhen. Dem wird die ÖVP nie zustimmen. Ich halte so eine Diskussion bei Sozialdemokratie für völlig legitim. Deswegen muss man ja nicht besser miteinander und das ist ja nicht irgendeine Beleidigung oder sowas. Wenn man in der Sozialdemokratie nicht verschiedene Positionen argumentieren und diskutieren, dann ist die Sozialdemokratie tot. Und daher, sage ich da dazu, da ist es wiederum gegangen, wie auch am gegenständlichen Beispiel, denn es sind die Beiträge zur Sozialversicherung nicht erhöht worden. Also es hat die Argumentation des Bundesparteivorsitzenden hat in der Mehrheit des Parteipräsidiums verfangen, ist zu akzeptieren. Es ist ein demokratischer Prozess, eine demokratische Entscheidung, das war so. Deswegen war ich nicht auf den Bundesparteivorsitzenden und er nicht auf mich. Und daher ist das ein Beispiel nur jetzt von vielen, die falsifizieren dessen, dass sozialdemokratische Bundeskanzler gescheitert sind, zum Beispiel jetzt an der Wiener SPÖ. Wahr ist viel mehr, dass in der SPÖ-ÖVP-Koalition insbesondere ein Staatssekretär, der dann später Minister, der nun gesessen ist, der jegliche Arbeit hintertrieben hat, gemeinsame politische Arbeit hintertrieben hat, der ewig und immer darauf geschaut hat, dass es ja keinen Erfolg für einen sozialdemokratischen Minister gibt, dass es ja keinen Erfolg für den sozialdemokratischen Bundeskanzler wird, wo interveniert worden ist, also ein ÖVP-Innenminister ruft zum Beispiel den Orban an, um ein gemeinsames Abkommen, das in der Regierung an sich beschlossen wurde, zu torpedieren. Die Kindergarten-Milliarde ist vom Herrn Kurz torpediert, um gleich den Namen jetzt auch zu nennen, ja, ich mache den Thema, da muss man zum reden, das weiß ich eher, will ich machen, ist vom Herrn Kurz torpediert worden. Das war das wahre Problem, das es in der rot-schwarzen Bundesregierung gegeben hat. Und ich sage da ganz offen, und ich habe das mit meinem Freund Kern auch diskutiert, ich weiß bis heute nicht, und auch jetzt im Nachhinein sehe ich das ja eh schon selber ähnlich, warum damals man den Plan A, über den man durchaus unterschiedliche Auffassungen im Detail sein kann, durchaus legitim, aber nachdem wir den Plan A so diskutiert haben und dann auch so in der Öffentlichkeit promotet haben, dann hätte die Sozialdemokratie für Neuwahlen zu dem Zeitpunkt eintreten müssen, die auch durchsetzen, diese Neuwahlen, dafür hätte es im Parlament auch eine Mehrheit gegeben, den ich schauen an, wie eine Oppositionspartei gegen Neuwahlen stimmt, und da hätte man sich unter Umständen einiges erspart, unter anderem das Experiment Kurz. Verkostet. Aber nur, es lag zu diesem Zeitpunkt im Jänner 2017, da die Gewerkschaft dagegen, dass neu gemeldet wird und der Kern hat sich das ohnehin dem ÖGB nicht gemacht. Oder der SGB-Fraktion. Ja, es hat in der Gewerkschaftsfraktion, da haben wir schon beim historischen Aufarbeitung gesagt, ja, es hat in der Gewerkschaftsfraktion mächtige Funktionäre gegeben, die gegen den Neuwahlen gemessen sind. Aber es war zum Beispiel der Fraktionsvorsitzende, der FSG-Vorsitzende durchaus dafür. Und so ist es halt in der Diskussion. Aber man muss irgendwann entscheiden. Ich bin völlig sicher, wenn der Vorsitzende vorgeschlagen hätte, im Bundesparteivorstand wir betreten für Neuwahlen ein, dann wäre das eine glatte Mehrheit geworden im Bundesparteivorstand. Bin ich ganz, ganz, ganz sicher. Aber bei uns war doch auch oft das Narrativ, wer Neuwahlen von Zaun bricht, spaziert. Und wir sagen, weiter arbeiten und so weiter. Aber es gibt noch eine zweite Frage, die der Kollege gestellt hat. Ja, auf jeden Fall können Menschen und Erwachsene Demokratie lernen. Das beantworte ich. Das war jetzt schon die Antwort. Ich finde, das ist gut. Ja, alle sollen immer und fortwährend Demokratie lernen. Das ist ganz sicher wichtig. Bei Polizisten ist es teilweise in der Ausbildung dabei, Menschenrechtsbildung dabei. Sollte natürlich viel mehr sein. Ist dann gut, wenn man gute Netzwerke sozusagen auch teilweise lokal bilden kann, um sich gemeinsam den Themen zu widmen, aus Exekutive, sozialer Arbeit, etc. Gibt sehr gute Beispiele der Zusammenarbeit. Und ja, lebenslanges Lernen ist eigentlich sehr, sehr wichtig und eine Wahrheit. Und auch, ich glaube sogar, dass man Demokratie lernen muss, weil das ist ja eine zivilisatorische Errungenschaft und nicht einfach, wenn man so auf die Welt kommt und dann ist man sozial und demokratisch, sondern das muss man lernen, sozialdemokratisch zu werden. Aber man kann es. Aber es ist der richtige Weg. Aber da können wir hören, sondern nicht nur Politiker und Polizisten, sondern Lehrer, Unternehmer, da folgt man eine Menge. Ja, ja, definitiv. Aber die Frage war ja, ist es gescheitend möglich? Achso, jetzt haben wir dann noch mehr. Ja, das ist ja gut, da muss man raufend drauf. Aber Stichwort Lehrer, das habe ich vorher schon gedacht. Eigentlich sind man nach deiner Zeitrechnung, das hat man schon längstens außerhalb der Lehrer. Aber längstens. Ich hoffe, es ist niemand da. Ich bin ja jetzt im PZO, da kann ich länger arbeiten. So, noch eine weitere Frage. Niemand mehr? Oh, bitte. Also, das schaffe ich ohne Mikrofon anhalten. Also, naja, Tato Ralf aus dem dritten Bezirk. Aber ich verstehe sonst wirklich nichts. Ich bin ein Genosse aus dem dritten Bezirk. Warte, jetzt kommt das Mikrofon, dann haben wir es im Verkehr. Ich bin ein Genosse aus dem dritten Bezirk, bin öffentlich bedienst, total schön nett, abgesichert, vorüber die sozialen Errungenschaften, die mir auch die Sozialdemokratie zur Verfügung gestellt hat. Mein Vater ist... Bund oder Stadt? Beide. Ah, für Dienstleiter. Ach so. Der Vater ist ein Schichtler in der Böse gewesen. Dementsprechend bin ich auch geerdet aufgewachsen. Aber weil du, lieber Michael Häupl, vorher so angesprochen hast, die Frage des Wies ist viel wichtiger als das Was. Würde mich schon interessieren, würdest du noch mal heutzutage in die Politik gehen und wie würdest du das jetzt vielleicht anders machen? Der Situation angepasst, nicht deiner Person. Also der erste Teil der Frage ist leicht. Natürlich würde ich wieder in die Politik gehen, wobei ich natürlich schon darauf hinweisen muss, ich meine, ich habe 68 maturiert und bin dann aus dem Verkehr gezogen worden, fast ein Jahr, mit dem Podisherd, da ist man ja in einer völligen Enklave und da ist ich dann an die 69 immatrikuliert auf der Uni, da ist Bruno Kreis die Antiporters gestanden. Das war dann auch der Beginn dieser sozialdemokratischen Zeit bis 83, also jetzt mit einer sehr dominanten Sozialdemokratie. Das war auf der Uni damals, als ich in die Uni gekommen bin, war die ganze Luftvollpolitik. Alles, aus allen Poren der Studenten ist Politik geströmt. Sogar die Naturwissenschaft hat sich auch bei mir politisch geworden. Mathematiker haben ein ganzes Leben lang früher nicht über Politik diskutiert, sondern haben ganz andere Interessen. Also das war eine andere Situation und es war eigentlich völlig klar, dass man sich politisch engagiert. Natürlich habe ich als Fäuser-Stöller nicht darüber nachgedacht, Bürgermeister zu werden. Ich meine, ich war ja nicht der ehemalige deutsche Bundeskanzler, der gerüttelt hat am Gitter und zu sagen, ich will hinein. Überhaupt gar keine Rede davon. Aber im Gegenteil, als ich mich damals gefragt habe, dass ich den Stadtrat für Umwelt übernehmen soll und versucht habe darzustellen, was ich in der Wissenschaft gerade mag, hat er gesagt, den Thema du frischst auch später auch zu und jetzt brauche ich die in der Politik. Was ein Doppelcharakter für mich hat, weil auf der einen Seite zeugt es nicht von rasendem Respekt gegenüber meiner wissenschaftlichen Arbeit. Muss man nicht haben, aber ich hätte schon ganz gern gekauft, waren halt ein bisschen zumindest. Auf der anderen Seite muss man auch den Fröschen kriegen überhaupt eine Missachtung. Aber der Punkt ist natürlich, erstens einmal, Herr Helmut Silck bittet ja nicht oder fragt, aber es war Einberufungsbefall und das andere ist, wenn du so ein Angebot kriegst, aus dem eher wissenschaftlich- analytischen Bereich der Ökologie zu kommen, in den handelnden politisch Umsetzbereich in einer Stadtratsfunktion oder Stadtregierungsfunktion, ich meine, du musst schon ziemlich unpolitisch sein, wenn du so nah sagst. Und daher war das auch innerhalb von ungefähr zehn Minuten entschieden, so lange hat dieses Gespräch ungefähr gedauert. Mir war schon bewusst, dass das natürlich ein für mich sehr entscheidender und wesentlicher Schritt war, raus aus der Wissenschaft hinein in die Politik, weil ein Stadtregierungsmitglied ist schon nicht irgendwas. Also das war mir schon klar und ich muss sagen, rückblickend gesehen, das war ja vor, was weiß ich, jetzt bald vier oder dreißig Jahren, ich habe diesen Schritt nie bereut. Ich habe diesen Schritt wirklich nie bereut. Was man natürlich jetzt leicht sagen kann, wenn man einen gewissen politischen Erfolg im Laufe seines Lebens gehabt hat, da war selbst von dem abstrahieren, ich habe es nicht bereut. Es war eine gute Entscheidung. Und du würdest nichts anders machen? Nein, aber nichts anders machen. Das war bewusst. Man handelt politisch auf der Basis jetzt einer bestimmten grundsätzlichen Vorstellung, also einer Theorie. Ich verwende den Begriff Ideologie, aber im zweiten Band der MW Marx, die deutsche Ideologie, darin steht, Ideologie ist falsches Bewusstsein. Ich glaube, auch Marx kann sich irren. Ich spreche weiterhin von der Ideologie, das ist die eine Grundlage, und die andere Grundlage ist die Faktenanalyse. Was spielt sich tatsächlich an der Basis von diesen zwei Elementen? Das habe ich immer versucht, entsprechend Politik zu machen. Heute, erstens einmal bin ich natürlich bei den Fakten längst nicht mehr so geprieft wie vor vier Jahren. Oder davor, das ist auch klar, wenn man aus der Funktion weg ist, verfügt man diese Informationen nicht mehr im gleichen Ausmaß. Daher soll man sich auch mit Empfehlungen insbesondere an Nachfolger sehr zurückhalten. Das ist wieder der Grund, warum ich mich heute politisch zu Wort melde, in aller erster Linie im Grundsatz frank. In Fragen zum Beispiel der Menschenrechte, wie man die Kinder behandelt hat, die man damals noch die Georgien abgeschoben, nach dem, was wir heute diskutiert haben, den Verbrecher vom 2. November, der die Leiderschossen hat, den haben wir nicht anschieben können, obwohl man gewusst hat, der ist ein Verbrecher. die zwei Kinder aus funktionierenden Elementen herausgerissen, um sie nach Jorgens zurückzuschicken. Das ist ein Punkt, den will ich nicht, kann ich nicht akzeptieren und will ich nicht akzeptieren. Deswegen haben wir damals auch diese Standkundgebung gemeinsam mit unseren Kinderfreunden und natürlich auch, ja, gehört dazu, ich habe auch meinen Freund Christian Connard zum Beispiel eingeladen und der ist auch gekommen, weil das ist genau der, der die christlich-soziale, rechteglaubt und der ist auch ernst und der ist ja dort hingekommen und hat auch dort geredet, sehr ordentlich auch geredet, natürlich, obwohl ich zum Beispiel es auch gekommen, also das ist schon, solche Sachen, ja, das mache ich, aber ich bin kein Volkommarbet, das zu jedem Tagesthema, das ist nicht mehr meine Aufgabe. Das Land nur gemacht, insgesamt 30 Jahre in der Stadtregierung, also mehr wie genug, das brauche ich auch immer mehr. Ich kann daher die Frage, nicht seriös werden. So, das wäre eigentlich schon ein Schlusswort, aber es ist noch kurz Zeit für eine Frage, wenn es eine gibt überhaupt, wenn nicht, dann ist es das Schlusswort. Ich bedanke mich sehr herzlich beim Publikum, bei Ihnen, auch die, die über die verschiedenen Online-Streaming- Plattformen dabei war. Ich weise noch einmal auf die Bücher hin, Freundschaft von Michael Häupl, also das Mikrofon, sonst ist es nichts. 1, 2, 3, Freundschaft von Michael Häupl, erschienen bei Brandstetter, aus Widerstand und Solidarität von Alexander Emanuele, die, ich weiß allerdings nicht, wo man kriegt. Ja, natürlich. Also gut, bei Echomedia erschienen, ich habe gefragt, bei Talia, da hatten sie es nicht, aber das ist schlecht sortiert gewesen. Und, hier haben wir nicht, kann aber nur empfehlen, die verschiedenen Bücher, insbesondere die Trilogie über die Vertreibung der Vernunft, ich nenne es einmal so, von Herbert Lackner. Ich bedanke mich bei Michael Häupl, ich bedanke mich bei Daniel Ressel, ich bedanke mich bei Herbert Lackner und ich glaube, du signierst noch Bücher, wenn das gewünscht wird und es wird auch verkauft, also das geht selbstverständlich auch noch und wünsche uns allen einen angenehmen Abend. Danke viel. Danke viel. Danke viel. Danke viel. Danke.